Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde World of Warcraft im Tempel von Kathmandu So, dann schauen wir mal was heute hier so abgeht Tut mir leid, dass ich gestern keine Folge gemacht habe von World of Warcraft Aber ich habe gestern etwas länger zu tun gehabt Ich hätte danach auch aufnehmen können So, dann wollen wir jetzt mal schauen Wir stoppen uns diese Kugel Leila macht geiler Ne, ich habe sie nicht gekriegt Na gut Dann nehmen wir uns erstmal den Berserker mit Berserker Das war ein paar Sekunden gewesen Es war nicht Berserker Nur am nehmen, aber egal Schauen Was für schöne Namen heute mitspielen Aluket Natsdra Redsharp Wer nennt sich denn Redsharp? Jojo Ein kleiner Buff Und dann gehts weiter Und dann gehts weiter Sieht aber klug nicht gut aus Ja Ich kann raus Ich kann rausmachen Ich kann rausmachen zweiter Stelle und zweiter Stelle von der Horde ach stimmt was nicht die Allianz kommt langsam in Führung wir haben ein Punkt da hinten sind unsere zwei Schlagen an kämpfen gegen eine andere ok jetzt haben wir drei springen einfach immer mal rein bisschen rein metzeln und dann sterben sieht jetzt gerade sehr gut für uns aus hätte ich nicht gedacht da ist der Ali schneller wie ich nicht knallen wir hier nochmal bei denen den Buff rein Das war's. Ich dachte, der Heil hätte jemanden anders geheilt. Oh, jetzt sehe ich doch. Das wird eine knappe Runde Malheur werden. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ah! Das stimmt. Ja. So, jetzt wär auch langsam schlechter. Ich muss schon sagen, ich auf ein zweiter. Aber jetzt probieren wir mal den... ...zwei Ordler. Nein, Ali. Da ist die Flagge. Oder dann die Kugelwürfel, hab ich auch gemacht. Wo ist der Highlighter? Oh, ja. Oh, ich hab mich sehr. Oh, das ist schwer. Oh, das ist schwer. Oh, das ist sehr schwer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. das sieht um auch richtig gut jetzt aus so so Ja, das hier ist ob ich besser anfänglich. Was ist da hinten in der Schild des Dingens? Das kann doch nicht wahr sein. Oh, der ist auch nicht. Ein, zwei. Die sind schon ganz groß. Schnell den schnappen. Zack. Was ist da? Ja, ich bin der Schild. Die sind nicht weg. Die sind nicht weg. Die sind nicht weg. Soll es nicht weg. Die sind nicht weg. da bin ich ich denke mal das wird mal gewinnen das wäre mal gewinnen am anfang sah es so knapp aus und jetzt wird es wieder knapp nur einen einzigen los beleg mich chanella einmal waffen auf satte los geht's jetzt wollen sie uns schon hier vor dann ist ganz easy ich habe drei todesstöße ich bin auf dem fünften platz das ist ja mal richtig nice naja ich war schon mal besser aber trotzdem nice so ich bin ja noch bei immer noch in der unterwasserwelt hier in aschara bist du aschara oder ne ach was hier war das aschara aschara wo war ein aschara na egal ich habe mich hier noch gerade unterwaffelt ich mache hier noch ein bisschen die quest aber ich werde schlafen gehen ich hoffe euch hat die folge gefallen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten video dabei seid bis dahin für euch viel spaß und noch wiedersehen tschu tschu